So, Asterix und Obelix, das war der Zoo in Frankfurt. Habe ich euch nicht gesagt, dass es hier toll ist? Das ist wirklich schön hier, muss ich sagen. Es hat mir gut gefallen. Asterix, dir? Doch, so viele interessante, tolle Tiere, die wir auch mitnehmen können. Habt ihr genügend Ideen bekommen für euren Zoo in Gallien? Und ich glaube, jetzt wissen wir wirklich, wie wir das machen sollen, oder? Das sollte gehen. Ich freue mich schon auf die vielen kleinen Gallier, die da mit unseren Tieren spielen können. So, Miraculix, dann würde ich denken, schnell nach Gallien. Jawohl, das würde ich auch sagen. Um das zu machen. Ja, das würde ich auch sagen.